Ich habe für das Herr Anwalt Spiel schon ein paar Skins erstellt, wie diesen Zombieskin hier. Oder Herr Anwalt im Bademantel. Ihr werdet zum Release aber noch eine Gratis-Skin bekommen. Die beliebtesten Vorschläge sind Darth Vader, Frau Anwalt und ein Dino-Kostüm. Ich werde die auf jeden Fall alle noch machen, aber ihr bestimmt jetzt welche davon ihr direkt bei Release erhalten werdet. Ich poste alle drei Vorschläge unter diesem Video und der Kommentar mit den meisten Likes gewinnt.